Ah, äh, wem die Gänse. Uuuh, Gubi. Oookay, gie. So. Daraus kann man das mal schon ausbauen Weil seid ihr nicht böse, wenn ich das jetzt mache Oder so, aber es sieht richtig geil aus Und das werde ich auch machen Und wächst da schon was? Na, noch nicht So Ähm Zwar Verarbeitung von Den, guckst du auch Zu dem Dann da, da Da, da Da, da Dann erstmal 10 20 Stück Okay, das ist jetzt Ich habe nicht bedacht, dass da Ein Fehler unterlaufen könnte Da bin ich mir nur nicht sicher, ob das klappt Aber eventuell ja Ups Was hast du denn gemacht? Nein, dann hat das nicht Ich habe eine Trapdoor gebaut Jetzt zeige ich dir auch gleich, wozu ich die benötige Jetzt setzen wir nämlich mal hier einen hin So Und dann Die Trapdoor Hier dran So Tut mir leid, wenn das Einer oder andere sagt, dass es jetzt voll abgekupfert wird Aber es sieht richtig geil aus Und jetzt klappt man das Hof Gut Texterpatch ist nicht unbedingt das Beste Aber Das sieht so aus wie jetzt Das sieht jetzt so aus wie Ja, als ob da ein Baum drinne wachsen könnte Und das werde ich auch machen Ich werde hier einen Baum reinsetzen Das ist nicht über den Symmetrischen, ne? Oder? Egal Das juckt mich nicht in der fährtesten Oder? Wie findest du das? Oder? Wie findest du das? Naja Schwert Ja, Schwert ist besser Ich blieb jetzt nochmal ab Äh, das tut es Hm 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 Okay Natürlich, und du Schaf, du musst da unbedingt drauf rum Hm Hm Okay, jetzt weiß ich wenigstens was durch Echt? Hm Oben links Diamond Oben Mitte Obsidian Oben rechts Diamond Und die Reihe darunter komplett Obsidian Also die Obsidian und Diamond Ich glaube, er fehlt noch irgendwas, aber So Punkt Voll geil, Transparenz, ja Hm Hm Ja, so ein Teil aus Obsidian und Diamant ist mal eben transparent Warum auch nicht So Sieht schon besser aus Ja, egal Wo mein Winkaben weltweit ist Und dann kann ich auch endlich mal Trapdoors hier anbauen Das kannst du machen Das kannst du machen Das kannst du machen Werdig Oh Warum Das heißt ja, warum Warum ist die beiden nur nur krumm Kannst du zumindest nicht reinfallen Während du mal in der Nacht oder so kämpfst oder irgendwas machst Kannst du hier aufmachen Und dann kannst du da reingehen Passt doch super Yay Yay So Yay 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 Oh ihr Monster, ihr könnt kommen Ich bin nur wach halt Fin Ep Ep Warum ep Einmal mit Rasenmäher drüber Nöööööööööööööööööööööööööööööööd vettig ich habe noch eine höhle na ganz ehrlich bestimmt auch unter mein grundstück noch eine höhle dass wir sagen dass wir noch überall hüllen haben eigentlich hüllen haben wollte ich gar nicht aber dass wir vorstellen dass da noch alles durchschnittlich bei dir nicht mehr verstehe ich auch nicht was ich da geändert habe ganz ehrlich was ich sollte heute kommen ich denke mal er hat einfach nicht geschafft was habe ich denn dahinter vielleicht eingegeben was ich hier verändert habe video settings hier habe ich gar nichts verändert ne hier habe ich gar nichts verändert und hat das nicht so wühlt ist controls habe ich auch nichts verändert also anti habe ich gar nichts verändert erste dings wollen wir hier die tiere drauf züchten ja wollten wir ja nacht ja wolltest du mach ich auch wir hatten vor derzeit genutzt ja sie ließ der bauern bis bauern er das ist so ist es auch den bauern bei mir weil wir ja er hat eine andere eine schulden mit einem ist gelber vor allem geschrieben scheiß bauer und schon aber so was müssen wir noch eine art genossen für dich so als größte nichts mehr denn es alle sollte ein würde ich mir die nicht erst als tag wird dann sparen hier voll viele ich glaube ich mach doch noch mal für die ein separates Gehege weil alle hier unterzubringen das ist doch ein bisschen es gibt Inzucht ohne Hände hast du Grongs Farben gesehen mit Schafen? Ja! Alter ey! übrigens zur Info es ist gerade der Zeitpunkt wo Grongs Dingens gesperrt wurde leider was ich auch nicht verstehen kann aber oder sagen lange wird das bestimmt nicht sein da tut er sich wieder so viel Videos wie der schon gemacht hat das macht dann das lässt er nicht auf eine kalte Schulter denke ich mir immer nicht alles gleich und ich habe schon mal ein Fenster weil ich ja nichts machen wollte das können wir auch machen so wie war das so Quatsch! Sticks brauchen wir bis zum Fenster geht bauen ein Fenster ein Fenstor ist fast wie Fenstir Fenstor Fenstir so gut it's a fence a fancy fence da 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 wo das so ist ich weiß auch nicht den muss man auch mal irgendwo vernünftig unterbringen äh was kannst du auszellen außer langsam machen weiß ich nicht ja ist auch scheiße daraus kann ich hier dann noch Gräber bauen und so nur was noch sehr hilfreich wäre vielleicht so hier ist nix, hier ist nix nein halt die Klappe glaub ich nicht gleich hier gleich über die ganze schöne schöne Zorbo mhm hm 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 schlösser brauchen die er die brauchen so große gehege die insel ist ja noch groß genug und ich werde auch ich denke mal hier werde ich mir dieses ding züchten dieses Kräuter da mit Belohnen Samen Lüben 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 für die Uhr sind so vor oder hinten noch beim nächsten Pop 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 hey ihr habt denn vor die hier vor allem gut geschickt wird in Witzel ja doch nicht so lange Bevor ich aber die Nachwuchs Äh, lol Bevor ich die aber hinter Nachwuchs gebe Äh, packe ich die erstmal in ein G, wo die auch bleiben Hm Es gibt ja sogar eine VZ, mit der du unter Wasser schneller abbaust Ja? Ja Ich weiß jetzt nicht, wie die heißt, aber da gibt's wirklich cool Damit kannst du auch länger unter Wasser atmen Das ist ein Zombie Komm schon, von einer Insel ist noch nichts gespawnt, du schützt erhält Kennst du das Lied von Plansloses Zombies? Hm? Das ist Zombie on the Yarn, komm her Ach, der Zombie, die ich will mal nicht haben Ja, komm Ich weiß nicht, wie die ist, die Ruchstoßwurzelt Komm mit, komm zum Artgenossen Oh, oh mein Gott, was ist das denn? Party in my head, party in my head Aye, nee, 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 nee schlitten das wird jetzt ein bisschen zu haben oder ich komme nicht mehr mit wahrscheinlich weil jetzt so ein bisschen denken wir dem Master vor jetzt folgt er dir äh, dreh dich um bitte umbitte dreh dich um ist das Das sah eben aus wie ein Spinnenreiter. Ist aber warte. Soll ich verarschen? Dachte ich eben. Das wäre aber richtig geil. Was für ein Spinnenreiter. Du hast gesagt, ich habe eine Spinnenreiter. Haha. Episch, ey. Das ist super. Epic without any aim. Es ist creepy. Creeper, man. So. So, kriegen wir jetzt ein zweites Hühnchen von dir her. Ein Hühnchen? Ja, ich habe ein Hühnchen dazu. Komm her. Ein Hühnchen ist doch...